wenigstens ist es abgelenkt nein ja 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 Das war's für heute. 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 Gerudo-Wüste. Das war's für heute. Das war's für heute. Ein leugierer Skorpion, der durch die Welten der Wüste streift, tötet Gegner von hinten mit nur einem Stich. Ein Stealth-Killer also. Das war's für heute. 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 Was bist du denn? Sandfisch Los, schnapp's dir Sandpiranha Tollt sich im Sand wie ein Fisch im Wasser Kann im Gegenzug aber nicht im echten Wasser schwimmen Ich brauche was, was Wind erzeugt Oder irgendwas anderes Ich hab keine Ahnung Diese Haufen kommen mir merkwürdig vor Nein, nein, gib doch Feuer, Feuer ist immer gut Brenne Ich hasse diese Mistücher Ok Sehr viele Piranhas Hallo Alles klar, bis gleich Remord gemerkt Unheimliches Monster, das in der Gerudo-Wüste herumirrt Lähmt seine Gegner mit spitzen Schreien Was haben wir denn hier? Hier wird stark geblasen Gerudo-Krug Ein farbenfroher Krug Ein Paradebeispiel für das traditionelle Kunsthandwerk des Gerudo-Staums So sind die gut Verstehe schon Verstehe schon Ne, funktioniert nicht Dann eben mit dem Bett Oh, nicht so Boah, Gebläse Maschine Maschine, die ein Luftstrom erzeugt Der kann Sandhaufen wegblasen Oder Feuer auspusten Geil Das brauche ich auf jeden Fall Mach die Haufen weg Wie cool ist das denn? Verstehe schon Verpasst dich Zeige rissallige Stärke Juhu Was seid ihr denn für welche? Windchins Ui Ich freue mich über jeden neuen Gegner Tornado Ne, Tornando Schemisches Monster Das sich als Wirbelwind getarnt In Sandstürmen nähert Um Reisende weg zu schubsen No, I don't speak English Felztopfel Direkt konsumiert Kann dieses Item Herzen auffüllen In diese Weise eingesetzt Ist der Effekt aber schwach WhetherUr Wie lebt Wie lebt Amett Au Kein Ur Im Aus 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 Wee! Ah! Nein! Genauso würde das die ganze Zeit daraus den immer schön falsch setzen, ja. Alter, mhm. Ah, ist ja diese, diese. Spiel mit meinen Schlacheln. Hier, komm. Oh Gott. Wie viel Schaden. Aber ich will die nicht mehr. Nein, gewicht. Du bist ein Skorpion, du bist scheiße. Ich will die Schatztruhe. Oh nein. Ernsthaft. Ich bin die Schaden. Ich bin die Schaden. Ich bin die Schaden. Nein! Oh, ich spüre die Anwesenheit meiner Gefährten. Unter uns gibt es eine Stelle, an der ich einen Zugang öffnen kann. Lass uns gehen, Zelda. Was? Du kommst dort nicht so einfach hin, hm? Sander! Danke für deinem Rage! Wie war dein Stream? Was gab es schon? Backpack Battles? Hm, das sagt mir noch nicht mal was.